Fangen Sie das Lego-Männchen. Okay, ich versuche es. Wir erwischen das Lego-Männchen niemals. Du erwischen es nicht, es ist viel zu schnell. Aber wenn das Lego-Männchen so schnell herumhüpft, erwische ich es nicht. Hören Sie auf damit, bitte. Warum sind Sie so fies zu mir? Warum sind Sie so gemein zu mir? Hören Sie diesen Korb auf. Diesen Korb? Okay. Und jetzt warten Sie einen Schritt nach vorne. Was muss ich jetzt machen? Warten Sie einen Schritt nach vorne. Okay. Oh! Au! Ah! Das geht so nicht weiter. Ich halte das nicht mehr aus. Das geht nicht aus.